Hallo, ist Roger? Au! Hallo! Mozart? Mozart! Ein herzliches Willkommen an Kawasaki Deutschland, die ja hier in Schotten die Kawasaki Days in diesem Jahr austragen. Und die, die haben mir das folgende, mein Motorrad Z10R ist aus der Fahrt. Aus ein paar Gründen, die der Bankdirektor mir gesagt hat, die sind ziemlich sehr reingesig. Herzlich Willkommen Horst Zeiger, Rekordpreter in Suzuka, Wiener Weltmeister in Eilofan und Superbeut, weil er hier wegen euch. Der Martin, der Martin ist von Kawasaki und weiß unglaublich viel über Technik. Du hast super Einleitung gemacht, aber ich habe nie so viel Scheiß gehört. Das mit dem Vize-Weltmeister stimmt, aber er ist in der Langstrecke-Weltmeisterschaft. Ihr wisst ja eben, Suzuka 8 Stunden, 4,5 Stunden, Le Mans und Bolldeaux hat es erzeugt. Und Rekord gibt es auch, aber seit heuer. Aber eben nicht in Suzuka, wie du gesagt hast, sondern am Nordwest 200, das ist in Irland. Ist doch scheißegal, Hauptsache ein Rekord. Genau. Ja eben, ja, wir haben alle Rekorde. Es ist ja jetzt nicht mehr an der Rekord drinnen im Guinness-Buch, sondern ein Seiger-Buch. Nein, also wir haben noch einen Strecke-Rekord auf dem Nordwest 200 abgestellt, der sich für Road-Racing interessieren. Die werden das wissen, das ist in Irland, ganz eine große Sache. Und auf der Eilofan haben wir auch einen Rekord abgestellt, zweimal gestürzt und lebt noch immer. Ja. Aber ein toller Typ, oder? Komm, ein besonderer Applaus für den Jörg. Und der Sponsorin kommt so, dass wir noch mal hier gemeinsam bringen. Wer mit dem Horst Zeiger jetzt ein Foto machen will, oder lieber mit mir. Bei mir kostet es 10 Euro, mit dem Horst 2 Euro. Aber ich mache immer 10 Fotos bei einem Rekord. Ich liebe auf dem Zeiger! Ja, 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 ja! Und da ist es natürlich, wenn man hier sieht. Oh, ja, 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 ja. Und der ist natürlich so, dass wir in der Haltung. Ja, 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 ja. Und der ist dann auch so, dass wir in der Haltung sind. Und der ist ja so, dass wir hier in der Haltung sind. Auch wenn wir hier sind, das ist ja auch so. Das ist ja alles, ja. Wir haben doch ein bisschen alles, ja. Nicht, dass wir hier sind. Vielen Dank. Ja, das habe ich gesehen. So, bist du zufrieden, Carsten? Ja, ja, super. Ja, super. Danke, der. Hallo, Mozart, Mozart, was hast du denn für Toilettenpapier? Das war's für heute, bis zum nächsten Mal.